Ein vertefeltes, nahe, neues, super geiles Studio erwartet. Den muss ich enttäuschen, komm mal rein. Bei uns ist das Ganze mehr wie eine Werkstatt. Also wir sitzen hier schon seit, war mal, sechs, sieben Jahren, glaube ich, in den Räumlichkeiten. Und ich fange einfach mal an. Also hier hinten, fangen wir mit dem wichtigsten an, ist unser Badezimmer. Das sieht zwar so aus wie ein ausrangierter Hühnerstall. Wie man sieht, in der Badewanne befinden sich irgendwelche Geräte und alte Verkascheninstrumente. Ansonsten wird dieser Raum hauptsächlich genutzt von mir, um meine Haare zu blondieren. Das werde ich auch gleich machen. Wie ihr seht, wird das höchste Eisenbahn. Ja, also immerhin hat man hier noch die Möglichkeit, ein Waschbecken zu benutzen und manchmal auch die Toilette. Der Rest ist schon wieder voll mit irgendwelchen Gerümpeln. Also, das ist unser Badezimmer. So, hier in unserem wunderschönen Flur hängen die ganzen Trophäen. Also hier hängen wir eigentlich alle Scheiben auf, die in Deutschland Gold gemacht haben. Also hier sitze ich die meiste Zeit so, wenn es darum geht, Texte zu schreiben. Dann habe ich hier meine Anlage, meinen Rechner, höre mir die Sachen an und überlege mir dann irgendwelche Lyrics. Immer dabei das gute Langenscheid, Deutsch-Englisch. Hier ist so unser Aurenthaltsbereich, Küche. Hier läuft auch ein ganzes Tag Viva. Ja, Kühlschrank, der ist meistens leer. Also es ist auch nichts Brauchbares drin. Wie gesagt, das Ganze ist hier sehr rough. Das ist hier wirklich so, wie ich schon sagte, eine Werkstatt. Hier wird gearbeitet und mehr nicht. Das sind keine repräsentativen Räume, sondern hier werden einfach unsere Songs produziert. Hier hat früher Axel gesessen und einige Tracks vorbereitet oder überhaupt Sachen ausprobiert. Jetzt wird das in Zukunft Jays Arbeitsplatz sein. Das heißt, hier haben wir alles in etwas abgespeckter Form. So das Notwendigste halt, ein paar Keyboards, Rechner, ein paar Effektgeräte. Jetzt gehen wir rüber ins Studio 1. Das ist eigentlich der wichtigste Raum bei uns. Da werden die ganzen Produktionen fertiggestellt, alle Scooter-Tracks und so weiter. Hier sitzt auch schon Rick, der wird euch mal ein paar Sachen genauer erklären. Hallo! Und auf geht's. So Leute, hallo erstmal. Wir haben hier vorne unsere Synthesizer-Abteilung, unsere Synthesizer-Burg, wie man sieht. Ich denke mal, die Insider von euch werden wissen, was für Geräte das sind. Hier unten ist unsere TW303, die macht unsere Asset-Lines. Hier sind die 101 von Roland. Das sind auch so ein paar alte, ganz lustige Geräte. Hier haben wir unsere Flächengeneratoren, JP8000, Oberheim-Expander und AN1X von Yamaha. Hier oben sind alle möglichen Rack-Synthesizer, Nordrack, Virus, Wild-of-Q, Roland-Geräte und so weiter. Hier haben wir noch ein paar Analog-Kisten. Die sind ganz geil hier, diese kleinen Scheißerchen. So, dann haben wir hier vorne unsere Effekt-Geräte-Abteilung. Das heißt, hier sind Echos, Multi-Tap-Delays machen die drei Heilgeräte. Lexicon 300, Lexicon 480. Das ist so der Rolls-Royce unter den Heilgeräten momentan. Und dazwischen noch so ein TC-M5000. Hier unten sind unsere Kompressoren. Die machen, dass es schön fett klingt und dass es schön knackt im Mix nachher. Und wenn ihr euch mal umdreht oder fehlen mir der Kameramann, sieht man hier vorne unsere Mischpulte. Das sind zwei Yamaha 021, das sind digitale Mischpulte. Der Klang erstmal umgewandelt wird in Nullen und Einsen, um danach dann mit Filtern und allen möglichen Krims-Krams bearbeitet zu werden. Und natürlich auch zusammen gemischt zu werden. Hier vorne, Ruhe da hinten. Hier vorne haben wir noch ein altes und ein hohes Mischpulte. Da haben wir früher die ganzen Impressionen drauf gemacht, aber irgendwann war uns das so altmodisch. Jetzt machen wir nur die HP-Stimmung da drauf. So, das Synthes-Taser hatten wir schon. Jetzt gibt's Ruhe da. Was brauchen wir noch zum musizieren bei uns? Wir brauchen einen Computer, der ist hier. Mit ganz vielen bunten kleinen Parts drauf und Kanälen. Das ist unser Sequencer Logic Audio heißt das Ganze. Und ich kann euch mal kurz ein paar Sachen anspielen. Da kommt dann zum Beispiel erstmal die Bass dran. Das wird man jetzt... Die macht den Beat. Die sorgt dafür, dass es rumst. Dann kommt das mit einem Clap. Und ich mach's immer natürlich auf. So, wie ihr hört, das ist der Anfang von der Sire, der Club Mix. So, Leute, das war der Schnellkurs und Sachen wie, wann und wo mache ich Musik und vor allen Dingen womit. Und jetzt übergebe ich euch wieder an den Spie. Macht's gut. Gut, Leute, ich schmeiß euch jetzt raus. Jay ist leider nicht da heute. Der hat das nicht ganz geschafft, rechtzeitig aus Frankfurt zu kommen. Normalerweise sitzt der hier natürlich dann auch noch. Naja, ich bin ziemlich erkältet. Werde jetzt erstmal an meine Haare blondieren und dann sehe ich auch wieder aus wie ein Mensch. Bis demnächst. Tschüss.